Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele heute Raft, aber nicht allein. Der liebe Darko ist dabei, er hostet auch die Welt. Darko hat mich gefragt, ob wir zusammen mal Bock haben, Raft zu zocken und aufzunehmen. Ich habe ja gesagt und ich werde mich jetzt im Discord entstummen und wir können direkt loslegen. So Darko. Es konnte keine Welt gefunden werden. Ja, hast du ja nicht gesagt, dass ich sie starten soll. Dann startet die Welt. Ich muss halt nebenbei gucken, wo ich die Facecam hin mache. Ich habe jetzt rechts mittig platziert. Irgendwie bringt die Aufnahme schon an Darko. So, ich bin drauf. Ja, ich verbinde gerade. Ah, jetzt. Du hast dieses Mal kein Passwort drin. Scheiße. Stimmt. Egal. Ja gut, aber ich habe keine Steam-Freunde, die das schwer haben. Oh, ich habe gerade ein WhatsApp bekommen von meiner Mutter. Neues Problem. Hier schwemmt kein Müll an. Wäre nett, hätte du dich beeilt. Ja, der ist immer noch im Ladebettschirm. Ich muss, ich habe vor allem, ich habe die Aufnahmen an. Ich muss erst mal eine Voice aufnehmen. Ich hätte nichts davon gewusst, dass es pro Kind jetzt 300 Euro gibt. Das sind ja 900 Euro. Und da die Kinder ja zur Hälfte bei mir sind, steht mir ja die Hälfte davon zu. Das sind halt 450 und hätte mir dann meine Mutter das nicht gesagt. Ich hätte weiterhin 309 Euro kassiert. Also. Ja gut. Endlich. Äh, jetzt. Ich wollte nicht runterschubsen. So ein Scheiß. Ja, musst du sowieso jetzt mal die Aufnahme starten. Die läuft schon seit vier Minuten. Ich habe jetzt alles mit aufgenommen, was ich gesagt habe. Das ist die zwei hier raus schneiden, aber dann mach doch eine normale Hand. Oh, ich habe schon wieder dieses verkackte Problem. Welches? Das Teil will wieder nicht auswerfen. Oh. Jetzt. Doch, tut es. Ich dachte gerade. Ja, ich muss das eben aus der Hotbar rausholen. Willst du ja einfach keine Ahnung, Mod machen? Hab ich schon, wo ich komplett gestumpft war? Oh. Ja gut. Und mehr brauche ich ja nicht. Die Ene reicht ja aus. Ich tue nach der Aufnahme instant aus und die nächste starten. Und je nachdem nehmen wir genug auf. Ich habe nicht mitbekommen, dass du es instinktiv schon gemacht hast. Ja gut. Sechs Planken und zwei Seile noch. Für einfachen Grill oder was? Nein, für den Sperr erst einmal. Ach. Denn ich liebe ja diesen Arschloch-Heil. Haha. Und da vorne kommt schon die erste Insel. Tee uns nichts nützt. Weil wir gar nichts haben. Ah doch. Ich brauchte einen Schrott für den Anfangsgrill, weil ich habe irre viel Hunger gerade schon. Echt? Warum hast du schon so viel Hunger? Wie gesagt, ich wollte ja, dass du dich beeilst. Ja, ich kann nichts dafür, wenn das so lange ladet. Das war ja bei der ersten... Sag ich ja auch nicht. Beim ersten Aufnahmeversuch genauso. Das Problem ist, ich kann halt auch keine Fische essen. Weil ich nicht genug für eine Angel habe. Und weil das... Ah, da ist das Wichtige. Ey, das wollte ich mir holen. Wie gesagt, ich habe Bock gerade für Seile. Ja, ich habe ein Seil und vier Blätter. So, jetzt baue ich noch... Richtig? Nö. Ich will mir einen Sperr machen für den Arschloch-Heil. Baut du doch erst einmal einen Bauchhammer. Der schwimmt schon hier unten so dreckig. Ich habe noch mal zwei Seile extra bekommen. Ey, ich warte, bis wir sie anschwimmen. Ey, ich frage mich halt. Soll ich es riskieren, einfach schnell von Bord springen und ein Stopp halt? Warte, 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 warte. Eins, zwei. Hier hast du zwei Seile. Ich brauche ja nur drei. Ich eins noch. Ja, aber jetzt, jetzt ernsthaft mal. Soll ich probieren, runter zu springen? Äh, nee, lass sein. Na gut. Ähm. So, Sperr habe ich. Das ist auf der 9. Ich habe schon mal einen Bauhammer gebaut. Ah, ah, nein. Arschloch. Siehste? Siehste? Zum Glück! Habe ich einen Sperr gemacht. Für alles braucht man Schrott. Ich brauche mindestens zwei Schrott. Für eine Kiste und für... Hast du schon Schrott? Ähm. Da. Eins. Was willst du? Kiste oder Feuer? Ähm. Ich würde sagen erstmal Feuer, dass wir essen und trinken machen können und so. Jupp. So. Richtiges Problem. Ich bin wohin. Unsere Plattform ist nicht die größte. Ja gut. Bauhammer. Ich brauche noch ein Seil. Warte mal. Hier liegt er auf dem Boden. Das ist schon mal der Bauhammer. Ähm. Ähm. Hä? Achso, ich muss das Seil erst... Ich muss das Seil erst mal herstellen. Ich die... 6... 6... 6... 3... Ey. Warum habe ich... Ey. Er... Ich... Hier. Bitteschön. Ich habe zwei Hammer gemacht. Toll. Зна. Bitteschön. Né? Ich hatte dir einen zugeworfenen Hammer. Achso, naja. Den hattest du aufgesammelt. Ähh. Ich weiß gar nicht. Ich kann nicht angeln kann ja weil ich mühlef auch nicht angeln ich gehe ins geschäft und hole mir die fische sowieso keine fische fisch ist lecker schön mit sauce hollandaise und spargel und plastik das ist mir egal so lange schmeckt ich höre jetzt schon eine möwe oder um ist er hey dieser hei mal klau mir nicht das ganze holz ich brauche auch noch was ich brauche ja wie gesagt ich brauche für den reiniger gerade irre viel holz wofür brauchst du denn holz genau jetzt schon ja wenn wir die nächste insel ansteuern können ist doch gut dann haben wir für bäume ich brauche noch wirklich hast du genug stein überhaupt dafür ich habe ich brauche zwei sein um ich kann es wieder machen können kann ich ein paddel bauen kann ich dir eine paddeln okay der klaut mir einfach alles also ich habe ich will schon ins felder mache ich definitiv nur mit ananas voll weil die geben hunger und durst als wir irgendwie versuchen die dings zu erweitern geht das irgendwie ich habe nämlich nicht genug dafür also langsam wird der platz eng so das war es pro plaste ja gut da kommt einmal plaste an so jetzt brauche ich holz und plaste fahrer du bisher? Zwei. Ey, jetzt schwimmt das Fass dran vorbei. Das ist meins Darko. Hahaha. Yay, fünf Planken, also vier insgesamt. Ein Seil und ein Blatt. Was wolltest du jetzt machen? Ja, erstmal hier, was? Redest du? Ich rede doch. Ja, für was brauchst du jetzt Holz? Um mir erstens ein Sperr zu machen, aber du hast hier einen. Ich kann dir Holz geben, ich habe gerade fünf Stück im Inventar. Ja, dann erweitere einfach die Plattform. Ja, da brauche ich Plaste dazu. Komm schon. Ja. Ey. Jetzt brauche ich wieder Plaste. Das ist mein Fass. Ich kann mein Holzsperr bauen. Scheiße, ich wollte mir doch eine Angel bauen. Ja, ich überlege gerade, wie lange mache ich so eine Aufnahme? 30 Minuten? Das müsste eigentlich reichen. 20 würde da auch schon reichen. Ja, toll. Wir spielen hier doch eh eine halbe Ewigkeit immer. Ja, weil du immer vergisst, was eine Folge zu Ende ist. Ja, ich gucke schon regelmäßig auf den zweiten Monitor rüber dieses Mal. So, 3x3. Jetzt brauche ich schon wieder ein einzelnes Plaste brauche ich noch. Ja, schwimmt eins rechts. Und ein Holz mit einkassiert. Ne, ich brauche noch mal zwei Plaste. Scheiße. So. Oh, mein scheiß Ding ist kaputt. Du hast ja schon eine Tasse, oder? Ja, ich habe mir schon zwei Plaste gemacht. Gut, herstellen. Oh, jetzt ist mein Teil kaputt. Das brauche ich. Ich brauche zwei Plaste. Hast du noch zwei? Ich muss mir so einen an Angelhaken machen. Ähm, eins. Scheiße. Hier. Ich habe mir nämlich auch gerade erst einen machen müssen. Da hinten wäre eine Insel. So. Ja, da kommen wir jetzt nochmal hin. Ich sag's ja auch nur. Ey, hörst du jetzt mal auf? Nein! Plaste! 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 Plaste Du kannst ihn auch gerne aufgewandeln, die Schaufel. Du hast ja einen Haken für sowas. Ja, aber lass sie auch da hinkommen. Tun wir ja auch mit dem Haken schon. War ein Satz mit X. Krieg ich sie? Nee. Schrott mit Blanke, drei Blätter, ein Plaster. Und ich hab Durst. Nicht nur du. Da kommt das nächste. Drei! Ja! Ich bin nicht der Schnellste. Ich sag's nur. Ich hab mich gerade die Angelroute ausgeworfen. Ja, zum Glück braucht er bloß drei Hiebe. Wenn du wieder einen Schrott hast durch ein Fass zum Beispiel. Oh, ich hab's ne Blaupauser. Ich hab's ne Blaupauser. Und es geht nur. Äh, ja. Ja, wird mir auch rechts angekommen. Uuh! Ihr habt's alle gesehen. Da hat Gott mich geschubst. Anzeige geht raus. Jetzt wird's wellig. Insel, insel, insel voraus. Ja. Auf die lenkt man dann ein. Ey, bringt uns doch nix. Wir düsen einfach weiter. Ich brauch vier. Wir haben keinen Anker. Ich brauch vier Plaster. Dann könnt ich ne Dings machen. Ne Kiste. Also. Meinem wegen der Interheal 3. Was ist denn, wenn wir dort jetzt aber auflaufen? Das Boot müsste doch dann eigentlich... Wir steuern daran vorbei, Eik. Naja, aber wenn ich uns jetzt direkt dahin steuere... Äh, ne. Hab ich schon mal getestet. Dann drehen wir uns so komisch. Cool. Dann drehen wir uns einfach so um die Hinse rum. Cool. Cool. Komm, das kriegst du da. Ich verdurste gerade. Ja, ich verhummer mich gleich. Nimm dir die Fische, ist fertig. Oder? Ne. Ach, jetzt ein paar Steine. Jetzt ein paar Steine wäre nicht schlecht. Na, das sind doch Mangos schon. Du kannst ja theoretisch, weil's ne flache Insel ist. Probier einfach drauf zu springen. Warte. Ah, ich kann nicht springen. Ehrlich gesagt, wir baggen uns hier recht schön fest. Ob das so... So, ich bin auf jeden Fall oben. Eine andere Sache, aber... Ich hab allerdings noch keine Axt. Du musst uns nicht die auch wieder wegbekommen. Ja, ich hab noch, äh, Bruder und alles. Ja, dann vergiss die Insel wegen den Bäumen nochmal, weil wir haben zur Zeit nicht genug für eine Axt. Ja, ich loote jetzt hier rings da oben mit dem Angelhaken noch alles. Hier liegt nämlich auch ganz viel Holz rum. Da hinten ist noch eine Kiste. Das war ein Satz mit X. So... Mist, das geht so nicht. Ähm... Gibt's sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Oh... Wow, hier ist Plaste im Stein. So... Äh... Siehste, hättest du mich nicht an Bord, dann... Wären wir nicht festgestockt. Super gemacht, Alk! Diese scheiß Wellen sind das! Warte... Warte! 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 Ich krieg das denn! Nein! So lang! Warte! 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 Oh... Warte! Oh! Oh... Ich krieg das, ich krieg das. Wir bewegen uns ganz langsam. Siehste? Hetaku! Auf zur Kiste. War doch ganz easy. Sei froh, dass das Ding nicht kaputt gegangen ist. Dann hätte ich dich ins Wasser geschubst. Hast du wenigstens einen Schrott für eine Kiste gefunden? Ich habe vier Schrott und ich brauche noch vier. Ne, ich brauche noch zwei Kunststoff. Hallo Kunststoff. Ich brauche nur noch einen Kunststoff. Wow. Holz und Essen. Aber kein Plast. Ach im Übrigen, ich habe keinen Paddel mehr. Nur mal so nebenbei erwähnt. Danke. Wolltest du jetzt ernsthaft gerade trinken? Ja. Na? Ich sag mir so, nächstes Problem ist... Bewegen wir uns überhaupt noch? Nö. Wir haben kein Essen mehr. Ey Taku! Wir haben kein Essen mehr. Ich habe Kartoffeln und Rübe, aber wir bewegen uns auch nicht. Wir müssen uns zur Info. Doch, guck. Die Sachen kommen näher. Ja. Oh wow, jetzt. Oh ernsthaft. Hab ich noch. Hoffe ich doch. Ähm. Kiste. Ja toll. Wo stelle ich die hin? Da. Warte mal. Die beiden Fische sind zu groß. Die können da schon auch rein. Oh, geknurrt der Wanzt. Jo, ich bin ja schon dabei, wie du das erstens bauen. Dafür fehlen mir noch 8 Zeilen. Vor allem mein Magen hört sich aber nicht so an, wenn ihr die... Ich habe Hunger ab. Schon wieder eine blaue Pause. Yay! Ähm. 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 Palim, palim, palim. Was wollte ich denn jetzt eigentlich herstellen? Das fehlt mir noch. Die Axt vielleicht? Da fehlen mir noch Kleiner. Zwei Stück. Aber auch keine. Ähm. Nimmst du das Fahrzeug an, gerade? Als wenn ich jetzt so häufig Neuro und Heerling miteinander... Oh, da kommt das nächste. Und noch ein Stein. Also ein Stein noch, dann könnte ich eine Axt machen. Okay. Girardi hat einen Stein. Ja, Stein. Als wenn ich nur rohe Heringe angle. Ich brauche noch ein paar mehr als eine rohe Heringe. Ach, hast du schon. Aber übrigens, den Fisch kannst du gerne haben, der drauf war. Oh, ja. Oh, Rundbarsch. Schon mal ein anderer Fisch. Ist fertig. Ah. Hi. Hui. Das ist erfrischend. So, ich brauche wieder Plaster. Kann man weiter erweitern. Hm. Äh. Ist das eigentlich wieder im Wasser? Nein. Also ganz ehrlich. Selbst bei unserem ersten Person. Versuch hast. Nur du das irgendwie immer hinbekommen. Ich bin halt... Ich spiele halt auf Risiko. Einfach nur auf Blödheit. Ähm. Hast du zwei Schrott? Gucke ich gleich. Ich will kurz plasse angeln. Damit wir wenigstens noch das Ene Ding da hinsetzen können. Wow, Eik. Das war ein Satz mit X. Knick in der Linse. Brauchst du nur noch eine Brille. Ich hab doch eine. Darum sage ich hier neue. Ähm. Ich hab fünf Schrott. Uh. Bitteschön. Ich brauche nur drei, aber danke. Scheiße, wir haben noch zwei Planken. Äh. zwei seiler und vier kunststoff noch so das problem ist jetzt wir haben dafür nicht genug hast du hier einfach mal und dann kann man aber hier auch anfangen sonst stets erst mal die mitte wir können das später umsetzen ja das bin ich mein mank die ganze zeit meiner nicht doch ich dachte da ja noch aber der fisch ist eh fertig hier schauen wir um recht ich habe ananas sagen ich glaube aber ich kann mir die in der mittelgroßen pflanzen mittelgroß ja in dem kleinen geht es nicht ich brauche das fast dort ja da drüben kommt auch noch eins ja wegen den items die da drin gut guck mal dank mir zieh an ich sag nur so das bringt halt wenig weil dann die gegenstände erst wieder eine neue spur generieren müssen das bedeutet wir können einen leerlauf haben theoretisch nein meins ey Darko wenn du steine ich nutze es für die allgemeinheit ich bin ich bin dabei zu erforschen ja denk mal du bist nicht alleine hier ähm hau mal hier steine rein wenn du hast schau ich gleich was wollte ich jetzt so und plaste wenn du hast und ich lege dir da eine wassermelone rein muss raus gehen warte ich habe hier plaster das wars also hier noch palm so etwas größer ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020